Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus in einem Destiny Video. Ich bin gerade mit meinem Jäger hier im Turm, denn heute ist Mittwoch, heute ist der Waffenmeistertag und ich habe zwei Waffen bestellt, die ich mir gerne abholen möchte. Ich habe selber noch nicht geschaut jetzt, dachte ich, ach komm, mach ich mal ein Video von, wenn ich mir die Waffen abhole. Ich habe mir einmal die Ludmilla D bestellt, denn die langsam feuernden Impulsgewehre, wie die Ludmilla, der Bote, Kleingeld und so, diese richtig langsamen, die wurden ja mit dem Update verbessert und mehr Schaden wurde zugefügt oder der Schaden wurde erhöht, den die Waffen verursachen, so besser ausgedrückt. Also erhöhter Schaden für die Ludmilla D, deswegen habe ich mir eine bestellt und gucken mal, ob ich da gleich was Anständiges rausbekomme. Und dann habe ich mir noch eine Surus D-IS 43 bestellt, denn letztes Mal war die Waffe ja zwar okay, die ich hatte, aber das geht natürlich noch besser und deswegen habe ich mir dann noch eine von bestellt. So, schauen wir mal, ob ich heute Glück habe. Und da, ja, gute Perks drauf bekomme auf den Dingern. So, fangen wir mit der Ludmilla an hier. Was haben wir denn hier? Okay, das sieht schon mal auf den ersten Blick nicht so toll aus. Kills mit dieser Waffe erhöhen kurzzeitig das Nachladetempo. Diese Waffe erhält verbessertes Nachladen und eine verbesserte Handhabung, wenn zwei oder mehr Gegner... Nein, nein, nein. Oh, hier, das klingt schon mal nett. Kopfsucher ist das. Und halbvolles Glas. Hm, könnten zwei nette Varianten sein. Schauen wir mal hier hin. Hier ist Kopfsucher drauf. Das ist immer geil für so ein Impulsgewehr. Körpertreffer mit dieser Waffe erhöhen kurzzeitig den Präzisionsschaden. Ja, und haben hier reduziert die Heftigkeit des Rückstoßes bei der Waffe. Auch nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Wechsel die Waffe schnell und bewege dich schneller, wenn du zielst. Nö. Und Reichweite. Was haben wir hier noch? Stabilität. Oh, das ist nicht schlecht, die Variante hier. Hier kann ich die Stabilität noch höher bringen. Verliere ein bisschen Reichweite. Ist aber nicht so schlimm. Aber hier ist auch noch Kopfsucher drauf. Das ist eine interessante Variante. Ich schaue mir die letzte hier nochmal an. Hier haben wir ja halbvolles Glas drauf. Die zweite Hälfte des Magazins verursacht erhöhten Schaden. Kills mit dieser Waffe hören kurzzeitig das Nachladetempo. Nö. Großkalibergeschosse brauche ich auch nicht. Reichweite und Reichweite. Nee, dann nehme ich mal das Ding in der Mitte hier. Hier mit Kopfsucher drauf. Und auch noch handgelegter Schaft. Mensch. So, das. Für Stabilität und Kopfsucher ist es, glaube ich, ein ganz nettes Ding. Müsste ich mal dann irgendwann mal testen, wie sich diese langsamen Waffen jetzt spielen. Ob sie jetzt immer noch zu langsam sind oder ob der Schaden, den sie erhöht haben, einiges rausholt. Das weiß ich noch nicht. Habe ich selber nicht getestet. So, die nehme ich mal mit. So, jetzt das Suros-DS-Scout-Gewehr. Bei schnellverländervollen Präzisionstreffern. Nö. Chance einem Assist an Teil des Magazins. Nö. Ah, und das. Naja, naja. Da war das letzte Woche besser. Gut. Hier ist noch perfekte Balance drauf. Hier auch nochmal Stabilität. Das ist auch wieder so eine Stabilitätsvariante mit, ähm, ja, ein paar Geschosse, die man dann zurückbekommt. Und hier das hochmachen, das hochmachen, hat man auch wieder gute Stabilität. Dann ist es aber ähnlich wie das Ding, was ich letztes Mal schon bekommen hatte. Das hätten wir hier noch. Großkalibergeschosse. Nachladen. Nö. Nö. Vielleicht das letzte hier mit versteckter Hand drauf. Schnelles Nachladen reduziert die Reichweite. Nö. Auch Großkaliber. Versteckte Hand. Ne, die sind alle drei nicht so gut. Da nehme ich irgendeinen Rotz hier und kann ich zerlegen. So, könnten wir noch was bestellen. Ich habe gar nicht so viel Glimmer. Ja, spiele auch nicht. Ähm, Arminius D. Das ist ja sehr beliebt bei einigen. Ist ein Automatikgewehr, stehe ich nicht so drauf. Außerdem habe ich eine, äh, eine Doktrin. Da ist ja kaum ein Unterschied. Automatikgewehr. Was haben wir hier noch? Suros Ari. Automatikgewehr. Äh. Fusionsgewehr. Und eine Handfeuerwaffe. Das war's. Mehr leider nicht. Kann ich mir eigentlich doch nochmal hier so eine Arminius D bestellen, oder? So, nehme ich das nochmal mit. Den Rest hier, den brauche ich heute dieses, dieses Mal nicht. Schade, ich will immer noch die Suros D.E.S. 47 haben. Hat er diese Woche wieder nicht mit dabei. Na, kann man nichts machen. So, nächste Woche dann also die Arminius abholen. Wenn ihr dazu auch ein Video haben wollt, wie ich die dann abhole, könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Die Suros D.E.S. wird zerlegt. Und die Lootmiller mit Körpertreffer und Stabilität, die werde ich mal hochleveln und dann vielleicht mal eine Runde die Tage damit spielen. Wann das Gameplay kommt, weiß ich noch nicht, weil ich habe im Moment ein bisschen wenig Zeit für Destiny. Aber da kommt, denke ich mal, was mit dem Ding. Achso, was ich auch noch aufmachen kann. Ich habe hier nämlich noch so ein Sterling-Paket. Das war eben in der Post, warum auch immer. Ähm, komm, das mache ich jetzt auch noch auf. Live im Video hier, wenn ich gerade dabei bin. Und wir kriegen Handschuhe. Toll. Toll. Und die ganze Chroma-Rotze, die dieses Inventar vollstopft. Noch mehr Post? Was haben wir denn jetzt schon wieder? Wir sind schon, weil das Inventar voll ist. Ja, ja, ja. Kein Platz. Ich weiß. Übertragung nicht möglich. Was haben wir denn hier? Drei Verteidigungen. Oh Mann, das ist immer super. Ich habe auch den Specter. Die Specter-Maske schon. Und jetzt dazu die Handschuhe. Kann man sich aufbewahren. Vielleicht kann man das irgendwann erhöhen. Noch erleveln oder so. Okay. Schön. Nicht. Aber erhöhtes Nachladetimpe von Scout-Gewehren. Wenn ich da also nochmal eine gute Waffe bekomme, eine Surus DS-47, wenn ich die mal wieder bestellen könnte, wenn die irgendwann mal da auftaucht. Komm, ich kann hier diese scheiße Runen wegmachen. Ey, spielt doch eh keinen Schwanz. So. Danke. Weißes Chromaten. Ich mag ja voll weiß, ne? Ne, schwarz ist meine Farbe, Mensch. So Leute, das war mal heute mein Waffentags-Video. Eine angemessene Ludmilla bekommen. Der Rest nicht so toll. Jo. Also, wenn ihr damit ein Gameplay sehen wollt, schreibt das mal in die Kommentare. Dann werde ich hier aufleveln und werde in den nächsten Tagen mal dran arbeiten. Oder am Wochenende mal schauen. Ansonsten, vielen Dank fürs Einschalten hier. Und ja, ich wünsche euch selbst auch viel Glück, falls ihr was beim Waffenmeister bestellt habt heute am Mittwoch. Oder falls ihr was bestellen wollt für die nächste Woche, dann, ja, drücke ich euch die Daumen, dass ihr da was Anständiges rausbekommt. Also, haut rein, Leute. Bis dann und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.